So Leute, geht weiter bei Let's Play Mario & Luigi Super Fail Saga, weil keiner der beiden, die sind dumm. Ah, ich kann also nichts zu zweit heimern. Naja, gut, das funktioniert schon mal nicht. Jetzt wissen wir es immerhin. Zack, jetzt wissen wir das. Ähm, aber boah, die Fettbacke. Nein, falsch. Aber ich kann mich hier so scheiße orientieren, das ist so, bäh. Irgendwo ging es doch noch lang. Ja, komm, geh ich. Äh. Nee. Hier, genau. Hier war das. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, ich kann nämlich diese Fettbacke, die sagt, sie ist unkaputtbar. Ich glaube, die kann ich... Geht das andersrum auch. Okay, es geht, aber bringt mir nichts. Schade, ist ja hier richtig lustig. So, und nochmal rüber. Hier wollte ich doch hin, genau. Mit unseren Hämmern können wir jetzt wahrscheinlich auch in Kampf punkten. Also ich schätze mal, das wird jetzt ordentlich wehtun. So, dann. Wollen wir doch mal gucken. Super. Okay, ich darf den nicht prügeln. Ich darf mich mit dem nicht kloppen. Super, Zeitverschwendung. Dann Jo ist Zeit verschwendet. Wey. Wey, wey. Hyperspeed. So. Geht auch schon. Bäm. Scheiß Ding. Hat mir ihn eh nie gefallen. So. Nein. Boah, ich komme mit der Steuerung manchmal echt nicht zurecht. Nuss. Oh, danke. Ich weiß, dass ich eine Nuss bin. Müsst ihr mir nie nochmal sagen. Okay, mega Hammer-Using. Bats, bats. Okay, Brennende Steine sollte ich nicht hauen. Ey, hau kaputt. Und was ist das? Nn-Knopf. Ah, achso. Damit Mario wieder zu Fett-Mario werden kann. Bleh. Zaaack. So. Weg damit. Ja, genau. Hier hat man mir auch was zugesagt. Ja, dass ich auch nicht selber drauf gekommen bin, ey. Ich meine, so kriegt man doch da viel mehr raus. So. Speicher an. Rrrr. Doink. So. Zack und zack und zack. Was ist hier? Achso. Holla. Es ist eine Ewigkeit, ihr seid, das letzte Mal Besuch hatte. Wollt ihr an Lora einen Ausflug machen? Ich weiß genau, wo diese alte Gleise eigentlich führen. Wenn ihr springt, findet ihr uns noch mal so nidisch. Ah, mhm. Wollt ihr mit der Lora fahren? Ja, wird schon. Wird schon schief gehen. Yay. Hä? Okay. 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 Sieht lustig aus. Ich darf leuchten. Shit. Ich darf meine Batterie verwenden. Nein. Luigi. So. Okay. Gibt es rote, grüne Edelsteine? Macht fun. Shit. Da war einer bei Luigi. Ähm. Jopp. Ach, ich verliere Edelsteine. Wie knuffig. Boah, auf wie viel du achten... Auf wie viel man achten muss. Ist ja grauenhaft. Nö. Shit. So. Yay. Nein. Okay, Luigi sammelt alles wieder ein. Er ist ja immerhin der coolere. Der klügere sammelt ein. Hä? Oh, wie lame. Wollt ihr nochmal fahren? Ja, machen wir nochmal. Das schaffe ich doch. Wird auch gelacht, wenn nicht. Ist doch easy. Ich brauche nur 10. Das heißt hier nur... Das ist eigentlich eine Menge. So. So. Mhm. Die Musik ist auch awesome. Gefällt mir. Mario ist der Einzige, der Batterien einbringt. Luigi kann das nämlich nicht. Gut. Jetzt weiß ich aber auch, worauf ich mich konzentrieren muss. Das ist gut. Und wegen Springen und so. Ah, das ist mit der... Mit der... Mit der Lampe finde ich noch ein bisschen dumm. So. Ah ja, schon leicht 10. Man muss das nur einmal raus haben. Okay. So. Wieso ist Luigi eigentlich im Dunkeln? Ich verstehe das nicht. Okay, vielleicht leuchtet uns ja Luigi hier auch. Wer weiß. 12. Sieht gut aus. Ach so, okay. 14. Yay! Ich hab's geschafft. Bravo! Die Minispiele hier sind echt lustig. Okay, jetzt komm ich woanders. Noch langsamer geht's nicht, oder? Oh, wieder hier? Nun, ich komm wohl nicht mehr runter vom... Alten... Was? Abstandgleis des Lebens. Aber da euer Abenteuer gerade erst begonnen hat, fahrt wohl... Und meinetwegen, ja. So, okay. Oh. Ein paar Bonus-Sachen mit dem Pilz und ne Nuss. Okay, sieht aber schön hier aus. Jetzt nix. Bam, bam, bam. Und weiter. Okay, musst du dich wohl machen. Wartet! Hm? Ach, ihr! Müsst ihr euch noch was sagen? Wir hatten euch noch gar nichts gezeigt, wie ihr die Hammer im Kampf benutzt. Moment mal. Wie kommt ihr eigentlich hierher? Ja. Wollt ihr es wissen? Ja. Oh, der Kleid in Kampf. Öbung. Ich verstehe immer noch nicht, wie die hierher kommen. Oh, 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 oh. Das haben wir es. Indie-Tasten-Aum-B. Ja. Weil die Leverstadt... Ja, jetzt ist ein Hammer-Sona. Ja. Ah, jetzt darf ich auch Hammer auswählen. Moment mal. Moment mal. Ah, guter Schlag. Ah, der Beton-Sona lädt eine Menge aus. Wenn er zittert. Ah, Gründung oder weniger B. Okay. Hier. Äh. Noch mal. Jetzt Knopf loslassen. Und zu lang gedrückt. Musst du zittern. Okay, noch mal. Okay. Ah, ja, guter Schlag. Okay, das muss ich noch lernen. Das muss ich noch lernen. Genau so. Noch mal üben. Äh, nein. Äh, nein. 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 Okay. Verstanden. Viel Erfolg. Wundern gibt es Gegner, die springen allein nicht in den Siegern auswählen. Ah, ja, der Name ist los. Ja, umgang mit der Hammer wird schnell lernen. Ja, richtig Obi-Wan. Ja, da Fehler. Mit zwei Laserschwertern. Ja, ich wollte es. Wir fängst da und spatteln. Was? Okay. Und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Das sind voll Idioten, ey. Geld krieg ich nicht kaputt, wie so vieles. Hier ist noch überall was. Aus. Sirup. Püls. Sirup. Püls-Sirup. So. Geld. 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 Mr. Krabs ist in der Haus. Mr. Krabs klaut euch euer Geld. Er klaut euch euer Geld. Geld. Es ist ihm voll egal, denn er klaut euch euer Geld. Äh. Wo wird das hier hin? Hammer. Ah, okay. Sirup. Püls. Sirup. Püls. Sehr nett. Okay. Ähm. Insta-Loop. Oh. Ah. Nyau. Nyau. Oh, sch. Darf ich den Kram nochmal machen, ey? Nee. Ey, leck mich doch. Ich schneid das kurz raus. Bin da... Ach wohl, nee, darf ich nicht. Das... Ja, Mann. Ich darf jetzt nicht pausieren. Wow. Ey, das ist behindert. Muss ich jetzt nicht einmal pausieren. Ja, super. Ey, was ist das denn? Wieso ist das jetzt Hard-Mode? Ich würde gerne wissen, wieso das jetzt auf einmal Hard-Mode ist. So viele Sachen, die vorher nicht da waren. Am Ende braucht ich wahrscheinlich auch mehr. War wahrscheinlich 15 oder so. Oh, nein. Scheiße. Oh, da unten. Das ist echt Hard-Mode. Also, ähm, da. Geh weg. Ach, die kann ich mit Licht, ähm, verscheuchen. Okay. Oh, Gott. 15! Ey, fick dich doch! Okay, aber ich bin trotzdem hier. Okay, also, leck mich. Verdammte Scheiße, was soll der Rotz? Verdammte Kacke, Mann. Okay. Hä? Okay, das muss ich echt... Nein. Zurück. Okay, so. Das muss ich echt lernen jetzt erst mal. So. Bad! Ram, bam, bam. Kaum Erfahrung. Äh. Ich komme mit der Steuerung echt nicht klar. Irgendwann wird mir das zum Verhältnis. Ich sehe es kommen. Komm her. Komm her! Penner. Dummes Arschloch. Mann. Och. Zack. Äh, so. Und nein. Nein, 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 nein. So. Also, das für Teilen ist irgendwie Schlott. Schrott. Schlott, Schrott. Aha. Schaden liegt auch immer woanders. Das mit dem Hammer muss ich üben. Ähm, so. Zack. Uwe ein Korb mit dir. Nein, zurück. Nein, zurück. Okay. Und Hammer. Und... Ja. Ich muss mir merken, ich darf das... Ich kann das Ding jederzeit loslassen. Und ich soll nicht immer sofort loslassen, weil das scheiße ist, weil ich schlecht bin. So. Fertig. Ich renne natürlich einfach rein. Okay. Okay, jetzt habe ich es. So. Hammer. Und wiedersehen. Auch natürlich nicht. Wie lässt er das Ding los? Ich glaube, es hackt. Höhöh. Wieso geht der kaputt? Das macht doch keinen Sinn. Ach, egal. Egal. Wo sind wir? Äh, Bohnenburg. Ah. Komm der Sache näher. Komm her. Dummer Penner. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss jetzt... So. So. Aber ich muss jetzt einmal schneiden. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.